Gut, gut, gut. Gut, dann ist alles gut. Ähm, nein. Alles wieder? Ich glaube, es ist nicht alles gut. Bei mir hat gerade das Flugzeug schwarzen Qualm gehabt. Also ich bin mir nicht sicher, dass das normal ist. In den fünf Tagen Spielzeit, die ich habe, habe ich das noch nie gesehen. Aber hey, liebe Zuschauer, es gibt ein neues Update. Und zwar gibt es mittlerweile Vogelfrei, wo ein Spieler sich freiwillig als Heelscheibe vorstellen darf und wird dann von der ganzen Menschheit gejagt. Und wenn er es schafft, fünf Minuten lang zu überleben... Ähm, ja, guter Bug. Geil. Ja, ähm... Mich kannst du vergessen. Okay, mich wird auch rausgekickt. Also mich kann man komplett vergessen. Jo. Aber ich habe es auf Aufnahme. Ja, äh, bei mir rötelt gerade der Controller übelst. Ja, bei mir auch. Könnte ich als Vibrator benutzen. Nein, 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 nein. Oh, nee, es läuft flüssig. Nein, komm schon, erst mal auf den Boden schmeißen. Loll, es gibt Panzertaschen. Was? Es gibt Panzertaschen. Guck mal, was das ist. Das war irgend so eine... Was denn? Kannst du damit mehr Panzerplatten aufnehmen? Was denn, wo? Alter, danke, dass du mir gerade die Waffe wieder weggenommen hast. Gerne. Ist mein Name auch drauf. Wo denn? Lord. Ja, ich habe sie schon aufgenommen. Was? Äh, ich will gerade mal festhalten, unser Teammate wurde gerade erledigt. Jo, Tatsache. Du kannst mehr Panzerplatten damit aufnehmen. Ja, holen wir noch mal Panzerplatten dadurch weg. Okay, es leckt wieder. Nein! Nur nicht. Guck mal, wie ich hier stehe. Lord, nur nicht. Ich kann nur keine Panzerplatte reinstecken. Ja, ich versuch's gerade. Und bei mir ist die Animation... Okay, jetzt ist mein Controller. Wir haben Vibriant. Yay. Meiner nicht. Eich, es geht. Alter, was passiert bei dir? Ist doch wieder einigermaßen flüssig. Danke, Gott. Ob Gott da was zu tun hätte. Hast du gerade hier aufgemacht? Hast du gerade hier aufgemacht? Was habe ich da gerade geholt? Ich habe auch so eine Panzertasche. Ah, geil. Dann kriegst du mehr Panzerplatten, soweit ich weiß. Weil bei mir ist unten rechts, wo die Panzerplatten eigentlich hinkommen, und da so ein paar paar Plattenkolben anzeichen. Bei mir auch. Meine. Ah, ich habe zwei Läden. Zwei epische habe ich. Guck mal, kennst du die hier? Ich sehe die nicht, weil so... Ach, Pink Lady. Lady Fortuna, oder? Ah ja, meinte ich doch. Nee. Doch, Lady Fortuna. So, ich habe markiert. Aber es leckt dermaßen. Oh, da ist wir in der Krone. Sogar hier in der Nähe. Da. Das heißt, es sind maximal zwei Spieler. Ja, wenn ich nur eine Rakete drauf belade, dann ist es nur noch einer. Also maximal sind es zwei Spieler. Vermute ich mal. Es gibt keinen Grund, den sonst anzunehmen. Wo ist eigentlich schon unser Team-Mate? Ja, die V-Station. Warum? Ich weiß es nicht. Frag ihn doch. Okay, der ist hier vorne auf der Straße. Ich hole die mir, ich hole die mir. Oh, Leute, das sind drei. Hä? Warum nimmt man dann den Auftrag an? Das ist absolut dumm, den Auftrag von einem. Okay, ich bin K.O. Ich habe zwei gedowned. Hier bei mir ist einer. Ja, auch selbe. Geil, wir haben gerade ein komplettes Team eliminiert. Kannst du mich wieder überlegen? Ja, hätte ich gerne. Nicht dein Ernst. Mein Controller ist ausgegangen. Nicht dein Ernst. Doch. Ich stand da. Alter. Ich wollte. Du wurdest übel zugerechnet. Nicht dein Ernst. Ich wollte ernsthaft. Ich denke mir gerade, was geht hier ab? Okay, kannst mich wieder überlegen. Wo ist eigentlich unser anderer Team-Mate hin? Der ist gelieft. Was für ein Spacko? Komm, beeil dich mal. Ja, wartet. Drei, zwei, eins, jetzt. So kannst du dann Sachen fliegen. Ich habe zwei gedowned bekommen, aber... Ich habe den angekühlt. Meine Waffen liegen da noch? Theoretisch, ja. Aber warum nimmt... Achtung, Heli. Warum nimmt man den Auftrag als Dreier-Team an? Ja, wegen Geld wahrscheinlich. Aber du bist... Komplett... ...der beschafft dir ein Team-Mate. Da liegt noch dein Ding-Sack. Ah, Heli, Alter. So, erst mal der Team ausgelöscht. Jo. Sag ich doch, wir sind gut. Wir sind so krass. So krass. So krass. So, bei mir lächst du immer noch leicht. Jo. Sam hier. Ah, gut. Wollen wir einen Auftrag machen? Würdest du sagen, oder? Jo. Also, bei mir lächst du so leicht. Nicht mehr so hart wie vorher, aber es lächst leid. Bei mir lächst du auch leicht. Ich spinne gerade hier ein bisschen. Irgendwo reifst du denn Schüsse. Jo. Sammle hier noch ein bisschen Geld ein. Zuschauer, könnt ihr uns ja mal in die Kommentare schreiben, warum man einfach so aus der Runde rauslief. Das will mir nie in den Kopf rein. Zielobjekt wurde identifiziert. Ich hätte nicht von seinem Match wiederbeleben können. Warum lief man da? Also, ich habe bis jetzt vier Panzerplatten. Wie viel hast du? Acht. Ich habe das maximale erreicht. Acht? Man kann bis zu acht Panzerplatten haben. Ja. Also nochmal drei mehr als sonst. Ist ja okay. Okay. Ja. Man sagt, geht nicht. Hier, guck mal. Das war der Stimme. Warte, dann komme ich gerade zu dir und hole mir die da. Die da ging. So. Fünf. Guck mal. Aber das ist dann richtig gut. Oh. Oh. Guck mal. Oh. Oben auf dem Dach drauf. Geil. Äh. Dann muss ich hier wieder aufs Auto und dann... Oh, schade. Alter. Schnell in die neue Sicherheitszone. Ha. Geschafft. Ha. Ich auch. Fuck. Nein. Gibt es keine Gasmasken mehr? Das ist ein MP, Alter. Ja. Schon wieder so ein Auftrag. Wo... Nichts. Oh nein. Jetzt habe ich hier Dings gelevelt. Also, ich würde sagen, da hin und dann... Da zum Shop. Gibt es... Gibt es jetzt dadurch keine... Ich werde von hinten angeschossen. No. Von wo, von wo, von wo? Ich habe ihn gehittet. Wo denn? Shield break. Wo steht der? Da oben war er. Er ist weg, er ist weg, er ist weg. Komm. Okay, 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 okay. Komm, komm, laufe über die Mauer. Ich stecke so lange. Er ist weg, er ist weg. Alles klar. Schau mir mal ein paar Panzerblatt. Ich habe ihm gute Hits gegeben. Deswegen ist er abgehauen. So, meine Freunde, ich gehe mal auf was Neues. Sniper. Der hat sogar Tamal. Hast du gerade geschossen? Ja, habe ich. Kontakt, Kontakt! Ah, da ist er. Achtung, rechts am Baum steht einer. K.O. Okay, er ist tot. Gut. Der Sentiment läuft da entlang. Ich habe den Eason Hedgehog gedrückt. Komm, komm, wir laufen weiter. Komm. Ich weiß noch, dass er hier mit umgehen soll. Mit der Sniper. Ja, die ist relativ stabil. Du musst nur er da in die Mitte zielen. Auf 100 Meter ist die richtig stabil. Okay, wir sind drin. Der ist wieder da. Ich habe noch nicht was gehört. Ja. Der ist jetzt ins Haus reingerannt, wo wir drin waren. Leg dich am besten hin. Der ist wieder draußen. Halt. Ja, ich habe ihm nur einen Hit reingedrückt. Leider keinen Hitschot. Aber er hatte keine Rüstung mehr. Er hatte keine Rüstung mehr. Lass hier nicht stehenbleiben, lass weiterhauen, oder? Nicht, dass der Teamate Gulag gewinnt und hinter uns runterkommt. Ah, nee, 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 nee. Der hier. Der ist wenigstens geschützt. Und da ist wieder eine Krone da. Wo ist noch eine Krone? Nirgendwo. Okay. Deutet. So, und die muss ich demnächst mal umrüsten, Leute. Aufgeschwindigkeit. Und, äh, der, äh, und der Bug ist weg. Dass, äh, wenn deine zweite Panzerplatte angehittet ist, äh, dass du, wenn du eine neue reinschiebst, dass sie aufgefüllt wird. Also die nächste aufgefüllt wird und nicht die eine verbraucht, äh, also, du weißt, was ich meine, oder? Nein. Ich rede mich hier um Kopf und Kram, Alter. Ich meinte, ähm, wenn du zum Beispiel nur, ich will Munitionskiste. Ja, und dann? Ähm, wenn du, wie heißt es, ähm, nur eineinhalb Panzerplatten hast, ja? Und die nachfüllst. Ja. Früher war das ja so, dass du dann nur auf die zweite auffüllst, ne? Jo. Jetzt füllst du auf, ähm... Die dritte auf? Dritte, ja. Nice. So, ich hab ne Gasmaske und ein Selbstziel. Ja, ich brauch Gasmaske noch. Ja, ich kauf dir mal eine. Wär nett. Okay. Gibst du mir n' Geld, dann können wir noch Clusterschlag oder so kaufen. Jo. Weitkaufwürstern. Drohne, Präzision oder Cluster? Drohne, 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 Drohne. Wenn du Geld für ne Drohne hast, hol die. Hier kannst du dir Schildgeschütz holen. Dann würde ich sagen, wir laufen. Alter, das ist ziemlich mittig, wo wir grad stehen. Das hier rein, oder? Ja. Zwar wieder mit dem blöden Boden, aber... Ich guck auf den Boden, du guckst auf die Tür? Jo. Mit der Sniper da in der Ecke. Bleib da... Bleib da im Dunkeln, dann wirst du nicht so gesehen. Warte, ich guck grad mal von draußen rein. Geh mal. Ja, ja. Geh mal rein. Ja, man sieht dich nicht so gut. Am besten setzt du dich hier in die Ecke. Dann siehst du zwar nicht, wenn er so reinkommt, aber dann wirst du auch nicht direkt abgeschossen. Wenn du da in die Ecke gehst. Guck jetzt mal. Warte, grad gucken, ob hier einer da steht. Also, ich guck... Ja, man sieht dich nicht ein Teil, weil die Beleuchtung da jetzt auf deinen Kopf fällt. Du bist halt wie eine Zielscheibe gerade. Na, egal. Ich drück den Headshot, wenn die hier rein kommen. Achtung, Auto. Headshot-Sensor sagt nix. Bis jetzt. Als ob hier niemand zum Shop kommt. Das läuft sehr mit dich hier auf uns. Ja. Und da ist ein Auto in der Nähe bei uns. Ja, du siehst doch die Punkte da, ne? Ja. Wie der immer den Headshot-Sensor schüttelt, wenn... Wenn der sucht. Sehr witzig. Kann das unsere Brücke werden? Oh, das wär sogar ne Idee. Okay. Ah, ne, unsere Brücke, oder? Das ist unsere Brücke, die noch mittelisch im Gebiet ist. Ja. Wenn wir das näher sehen, dann würde ich sogar da rüber laufen, eventuell. Ja. Ist besser. Nein, nein, bleib an der Ecke! Das gefällt mir aber unten so. Da seh ich ja gar nix. Da seh ich ja überhaupt nicht, wenn einer da reinkommt. Aber dann kannst du da von da unten nicht so gehittet werden. Naja, doch. Wenn der eine von... Alter, dein Gewehr guckt zur Hälfte... Okay, jetzt nicht. Das war zur Hälfte in dem Schrank drin, das Gewehr. Jetzt schon wieder. So? Ja, jetzt ist es ganz drinnen. Ja, jetzt guckst du zur Hälfte wieder raus. Ganz drinnen raus. Ja, geil. Oh, wie? Feinde nähern sich? Ja, da war einer. Bei uns. Vorne. Hab ich. Yo. Sogar direkt getötet. War er direkt down? War aber miene, glaube ich. Yo, der ist gerade wiederbelebt. Der wurde gerade wiederbelebt. Ja, der Wodkat ist gerade vom Gulag gekommen. Das ist aber miese. Vor allem hast du geschossen. Hast du auf deine Mine geschossen? Oder wohin was? Nee, ich habe ihn eigentlich mittig angeschossen. Aber ich glaube, die Mine war schneller als ich. Jo. Ja, dann hat er halt meine Mine den geholt. Mir doch egal. Aber den Claymore-Kill, den ich gerade eben hatte. Der war nice. Wir waren Kilometer weit weg und dann... Pfff. Da tut mir jetzt auch leid, dass ich den Fertig gemacht habe. Besonders liegt jetzt an der Leiche vor der Tür. Der hat sich bestimmt gefreut, dass er Gulag gewonnen hat. Und dann... Bing. Besonders liegt jetzt an der Leiche vor der Tür. Gar nicht auffällig. Nein. Ist doch nicht so schlimm. Was sind da liegen? Boah, das macht mich nervös, dass das Zielen mit einem Scharfschützengewehr so leicht hin- und herwackelt. Ja, weil du atmest, Junge. Du kannst, wenn du da draufdrückst, atme anhalten. Das ist mir bewusst. Oh. Das wird ziemlich nah an unsere Folge. Wollen wir rüberlaufen? Fragezeichen. Weiß sie mir aus. Junge, du hast dich bewegt. Jo. Warum bewegst du dich da rüber? Weil ich gerade gucken wollte, ob da jemand am Schub steht und dem Fuss nicht. Wie wir beide selbst Heal-Panzerplatten und Munition haben. Easy. Gasmaske. Musstest du das übrigens auch, wenn die Munitionskiste explodiert, den Feind einen Schaden macht? Nice. Die hat die gleiche Wirkung, die hat die gleiche Wirkung wie Granate. Hast du vielleicht noch eine Mine, um da hinzulegen? Nein, ich hab Granate auf Granate. Ah, scheiße. Stimmt. Aber, ja, die Munitionskiste war auch draußen auch nicht. Alter, das wäre jetzt so witzig, wenn hier in dem zweiten Haus rechts welche drin sind. Uff, ey. Naja, ich behaupte mal, dass sie später laufen müssten als wir. Feindliche Drohne über uns. Feindliche Drohne über uns. Scheiße. Feindliche Drohne über uns. Dann sehen die uns. Noch eine Drohne. Ne, mich nicht. Ich hab zwei Kills. Ja, ne, das gilt ja nicht hier. Deswegen ist das, soweit ich das mitbekommen hab, gilt das. Doch, Geist sollte gelten. Obwohl, hab ich dir hintereinander gemacht? Ich bin mir unsicher. Ne, bis jetzt war ich noch nicht im Gulag. Ich bin Geist. Ich bin unsichtbar. Na toll, jetzt sehen die nur dich. Dankeschön, Lord. Ja, dann lock ich die an. Danke dafür. Danke dafür. Weil die sehen mich dann hier rechts in der Ecke und du bist da links. Also langsam wird das Gelände öde. Okay, jetzt sollst du so langsam Drohne weg sein. So. Einer ist bei den Hangarn. Jo, nicht nur einer. Drei. Wie schießen sie sich da? So, die Tunnel ist jetzt gleich geschlossen. Guck, eins, zwei und dann müsst ihr noch drei. Guck. Ich bin mal gespannt, wie die Cash da rauskommt. Drei auf dem Dach und drei unten im Hangarn. Ich bin mal gespannt, wie die da rauskommt. Oh ja, es wird die Brücke. Es wird die Brücke. Es wird sowas von die Brücke. Willst du echt schon da rüber? Ja, eigentlich ja. Sollen wir? Ja, oder? Achtung, bei uns ist es halt danach. Wo? Ah ja. Habe ihn. Ja, sehr schön. Das warst du, oder? Ja, der war auch gerade... Ja, das war ich. Der ist auch gerade erst wieder gekommen. Junge, du erschreckst mich so hart. Oh, hier rechts wird geschossen. Oh, lass schnell da unten unter die Brücke, oder? Ja. Oh, fuck, hier ist eine Ausrüstungssieferung. Zwei sogar. Für zwei Feindsteheteams. Und vorne an der Brücke wird geschossen. Ich werde angeschossen aus dem Zug, 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 Zug. Das Gas breitet sich aus. Haben selbst Hilfe benutzt? Der steht links am Zugpark. Der hat mich... Kacke! Team eliminiert. Kannst du mich zufällig wiederbeleben? Jo. Oh, und ich werde angesnappt. Fuck. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Schaffst du, schaffst du. Komm, 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 komm. Da steht noch einer! Schöne. Nice, danke. Och, kacke, fuck. Ja, oh, der liegt da. Schaffst du das? Ich weiß es nicht. Hier waren zwei Teams auf jeden Fall, die sich gebettet haben. Achtung, links hinter dir. Links hinter dir. Kau. Hinter dir ist der Herr Tod. Nice, danke. Achtung, hier ist Gegner, oder? Okay, anscheinend sind die alle hier gestorben. Alter. Ich habe Team ausgelöscht bekommen, gerade noch. Okay, nice. Oh, ich werde angesnappt. Von wo? Von da hinten. Ah. Ich sehe Aktivitäten. Ja, da liegt einer. Dem habe ich direkt ein K.O. gegeben. Er ist tot, glaube ich. Ich glaube, den habe ich schon ausgelöscht. Ach so. Ich habe einen Kill mit der Sniper gemacht. Jo, ich muss gerade Panzerplatten reintun. Warte mal. Nicht, dass einer von links kommt. Alter, das läuft gut hier. Lass hier links bleiben. Da, andere Seite der Hügel. Achtung, da unten sind zwei. Ich habe noch eine auf der Brücke angeschossen. Fuck, ich wurde von rechts angesnappt. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Lord? Jo. 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 Stell dich nicht so an. Dir geht's gut. Du brauchst so Panzerplatten? Alles gut, alles gut. Ich habe Rucksack. Lord. Ja, leg dich hin, Junge. Ich kann nicht. Mein Controller wieder. Okay. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich habe Panzerplatten wieder drin. Ich wurde von rechts angesnappt. Ja, ja. Ich habe den Daumen geschossen. Ah, gut. Ich habe auch einen Kill dafür bekommen. Ich habe, äh, Panzerplatten gegeben. Da. Ja, da sind zwei. Jo. Einer K.O. Nice. Das sind Franzose. Lass rechts rüber. Solange wir können. Ja, oh, die müssen auch zur Zone laufen. Wo sind sie denn? Oh, fuck. Wo? Vorne. Irgendwie ist sie so da. Vorne, direkt vor uns. Vor uns, direkt. Ich, alter, Junge, der Controller hat geleckt. Äh, äh, ich konnte nicht mehr rüberziehen. Alter, ist das belastend. Ich konnte nicht rüberziehen, weil ich gelegen hatte. Kacke. Der Stein hat blockiert. Neun Kills habe ich. Mmh. Mmh. havoc.